Nein, noch mal! Du versprichst mir zu wenig, äh zu viel, zu gedöns. Ja, das kann ich ja ruhig sagen. Gedöns. So. Und mein Subtank ist schon zu vier Strichen aufgenommen, oder? Mensch, fünf! Hab ich schlecht mitgezählt, ey. Bin so schlecht im Zählen. Oh, das war knapp. Los, los, los! Tür! Da ist eine Tür, also hab ich die. So, jetzt zu Launch Octopus! Der Launch Octopus, der Octopusio Pussy. Oh. Well, well, well. Guck mal, was für ein Katzenfisch da reinkam. Du planst Sigma zu betrügen, nicht wahr? Ich, ich werd dir eins sagen. Ich hasse es, für andere zu arbeiten. Ha, 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 ha. Du bist gar nicht so, äh, schlecht. Ich mag dich. Ist mir doch scheißegal, sagt er. Oh, 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 oh. Ah, das ist nicht so eine gute Waffe. Den, den. Aber, was soll's. Es zieht was ab, also von daher. Oh, oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Er hat einen Strudel, in den er mich reißt. Oh, mein Gott. Oh, fuck. Ha. Ja, okay, die Waffe geht noch. Würde ich sagen. Es ist möglich, den damit zu killen. Bam. Das war's schon. Selbst meine Explosion ist wunderschön. Ja, wie er das gesagt hat. Och. Ach. Yeah, Mission accomplished. Und so. Ja, und er lacht nur. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Raucherhusten. Ja. So viel dazu. Äh, so. Jetzt fehlen uns nur noch drei Bosse. Das geht ja doch auf einmal schneller. So, äh, wir hatten unseren Herrn Launch Octopus. Und seine Waffe ist gut gegen... Also zumindest im X-Modus gegen den Typ wie hier. Würde ich jetzt mal schätzen. So, dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Oh, wir haben Raketen. Numerous Crash Serotinal Bullet hier und so. Hm. Splashit haben wir auch. Okay. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier noch? Also, drei haben wir wieder mehr von unseren Punkten. Das klappt nicht. Warte mal. Wie viel braucht das denn? Sechs. Also, äh. Was machen wir so? Nee, das geht nicht. Ja, genau. Ein Punkt zu wenig. Ach nee, Splashit. Acht. Splashit nehmen wir mal. Und was haben wir dann da gehabt noch? Hier. Ähm. Extrem langsam. Hier. Bla, bla, bla. Missiles sind stärker als normale Vulcan-Kanonen. Und so weiter. Naja. Okay, ähm. Nimm ich das Ding und leg's immer als Falle? Oder nehm ich das Ding und ist... Hm. Ich nehm das Ding. Schneller ist mir lieber. Kennt er ja. So. Fire Morane und schon... Oder? Nee. Ich hab ja da nix anderes. Also, nehm ich Fire Morane. So. Und schon haben wir ne schöne Kombination. Angeblich. Boomerang-Kubanga, yeah. Der ist jetzt auch dran. Hoffe ich. Na? Ja. Ja, ist, 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 ist okay. Das geht. Los, die Richtung ist immer... Ah, okay. Den krieg ich so getroffen. Geil. Na, nicht so, wenn ich gegen den Schild schieße, aber... So. Ja, schön. Was macht das Ding? Oh. Ist ja krank, der Scheiß hier. Nimm das. Nimm das. Friss das. Du Katzenvieh. Katzen würden Fristas kaufen. So. Ah. Mist. Jetzt nochmal. Oh. Hahahaha. Hahahaha. Bin ich übel. Hahahaha. Yeah, alter. Sorry, dass ich mich jetzt so auf... So, so freue. Deswegen. Aber es ist geil. Das ist einfach nur geil. Ey. Das ist das Krasseste vom Krassesten, ey. Das ist der Über-Mega-Hammer, alter. Das ist jetzt scheiße gewesen. Aber naja. So. Hier darf ich mich nicht treffen lassen, sonst ist böse, denn das da. Weil eben. Oh, yeah, alter. Dich mach ich platt. Und zwar damit. Ah, scheiße. Autsch. Jetzt nochmal. Hahaha. Wahaha. Ich weiß nicht. Das will ich eigentlich lieber gegen Boomerang-Kovenga einsetzen. Als die andere Waffe da. Die ich hätte. Die gut gegen ihn ist. 100 pro. Wahaha. Ey. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ist das geil. Autsch. Naja, das nun nicht. Aber. Jetzt hab ich ja hier sowas. Und damit mach ich auch alles platt und so. Ist das eine kranke Scheiße. Ich mag die Waffen vonweil übelst. Alle. Ich mag sie alle. Naja, fast alle. Ich mag das. Ich mag das. Oh. Das war Glück. Ja, das war auch Glück. Ey, tut mir den Gefallen. Glaubt mir bitte, dass ich die jetzt zufällig so treffe. Denn. Äh. Das ist als ob das wirklich so geplant ist. Oh, jetzt ist mal einer nicht gleich getroffen worden. Huh. Ha. Ich hab ein Leben. Ah. Ich hätte es auch fast gebraucht. Ah. 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 Das hätte ich nicht. Ich sollte das lieber nicht. tun. Bin ich. Das ist immer so knapp. So. Was haben wir hier noch? Oh. Da oben. Wie komm ich da nur hin? Egal. Ich mach das so. Ich weiß. Das ist normalerweise. Macht man es anders. Nein. Es geht nicht. Mist. Es muss gehen. Ah. Scheiße. Kann ich nichts mehr machen. Äh. Dann. Denn sonst wäre ich tot. Das wollen wir ja alle nicht. Ah. Nein. Es hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Ah. Nun komm. Du Me-Tool. Steh auf. Ha. Du bist ja doof. Du hast noch gemacht, was ich wollte. Bams. Yeah. Na trotzdem. Scheiße, ey. Ein Hardtank, den ich nicht kriegen konnte. Weil er so hoch hängt. Die einzige Möglichkeit, die ich vielleicht hätte, wäre... Na. Erstmal hier hochkommen. Ah. Au. Fuck. Langsam wird es knapp hier. Äh. Ja. Sehr sogar. Ja. Oh. Da komm ich auch so... Nicht tot. Bams. So. Du Me-Tool. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Du hättest mich in Ruhe lassen sollen. Ja. Schön. So. Weiter geht's. Hüpp. Hüpp. Ja, ja. Können wir alles. Bams. So. Nein. Viel Lebensenergie. Dich mach ich fertig. Egal was es kostet. Okay. So. Jetzt bin ich hier oben. Und jetzt bin ich hier oben. Und dann... Oh. Die Right Armor. Mach ich's oder mach ich's nicht? Was ist da oben? Das ist schon mal so... Dafür werde ich sie auf jeden Fall nicht benutzen können. Schade. Also benutze ich sie dafür. Hopp. Ja, genau so. In die Richtung will ich. Ich will ganz weit runter. Nein. Da komm ich nicht mehr hin. Scheiße. Ah. Ich hatte gedacht, ich hab jetzt ne gute Idee. Ich hab die voll über Idee. Nüchte ist. Servier mal. Oh. Na. Du Me-Tool. Du tust mir nichts. Du bist nämlich tot. Au. Du hast mir doch was getan. Nach deinem Tode. Du Scheißvieh. Ah. Könnte ich mich hier drüber aufregen. Muss ich aber nicht. So. Haha. Ich bin dran vorbei. Du 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 du. Und da komm ich auch noch hoch. Das geht doch. So. Geh hoch. Ha. Dann bist du nämlich tot. Ding. Farms. Yeah. So. Jetzt muss ich den ganzen Scheißweg nochmal hoch. Hab ich kein Problem mit. Ach. Ich doch nicht. So. Du auch. Und jetzt. Nein. Verdammte. Scheiße. Ah. Aber das. Hä. Das Innisfieh war nicht mehr da. Aber das andere. Verstehen. Muss ich auch nicht. Aber ich hab jetzt ja wenigstens ein bisschen mehr Lebensenergie wieder. Schön. So. Jetzt. Äh. Was mach ich jetzt? Wie soll ich das hinkriegen? Was. Was kann ich damit überhaupt machen? Mit diesem. Mit dieser Right Armor. Was bringt mich denn? Da kann ich nicht hochspringen. Schade.